Hallo Leute und willkommen mal zu einem neuen Projekt Ja, das ist Minecraft Hexet Da schon mal Da 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 bin ich vorhin davor gespawnt und deswegen bin ich weggerannt Also es läuft eigentlich als klasse Wie ihr schon ganz bestimmt bemerkt habt, ich spiele nicht mehr so mein normales Minecraft Sondern eher gesagt so Tackle und so Weil ich das gerade nur so geil finde Ja, es kann ja sein, dass ich irgendwann mal Ja Dass ich irgendwann mal wieder normal Minecraft spiele Und das nervt schon wieder hier So, hab's gemacht Tada Ja, hier sieht man schon mal wieder alles Die Alien Creepon Weil 31 Okay Natürlich kenne ich mich hier schon aus Oh, da gibt's den Kopf Okay, so vieles kenne ich ja nicht, aber Ich kenne mich schon so richtig damit aus Einfach nur, schon mal Ja, ich mach kurz mal was an Genau So, äh, warte Also, ich kenne noch was ganz Böses Da gehe ich ganz bestimmt erst rein Wenn ich überhaupt Sowas von bereit bin Es kann auch mal ab und zu sein, dass ich mit ein paar Freunden aufnehme Aber nicht hier Auf dem Server, sondern auf einem anderen Ich werde ganz bestimmt hier Oh Okay Oh, dieses Die mag ich Und Rucksack Ich glaube, ich soll da auch mal kurz einstellen Reset Mode Ich bin einfach nur auf Survive Diese Star Pierce weiß ich immer nicht Was soll man damit machen? Ja, klar Und das macht man mit Starstow und Macht man Sky Beam Block Und was macht man mit dem? Ich glaube, da kann man mit Teoriten Oh Ha 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 Ah, das kenne ich noch Das kenne ich noch Wo sind denn hier diese Satter-Dinger? Ja Ja, Herzen kann man hier Aber diese Herzcontainer Ja, das brauchen wir für Schmerzvorgang Ich müsste auch mal Eigentlich ist das gerade so scheiße, wie ich stehe Oh, Kopf So, ähm Ja, wo gehen wir hin? Also, ich weiß schon mal Da hinten ist eine Burg Das sieht man auf der Karte Ach so, kommen wir in die Karte Die Riesenburg Ist ja irgendwo in der Nähe ein Dorf Ich sehe nur Burgen und hier Äh, Schleiminseln Ich glaube, ich habe schon mal Schiss Boah, wie man das hört Wir springen ja jetzt Gibt es hier diese Blumen? Ist das einer? Ist das einer? Ja, das ist, Alter Ja Diese Hexelblumen Yeah, ich habe eine Hexelblumen Hexelkel Essence Ja, kann man auch gerne Scheiß craften Und dann einfach, kann man Die schöne Rüstung Ich habe ja von ein paar Youtube-Mann Minecraft Hero geguckt Also, kenne ich mich da schon etwas aus Da oben müsste irgendein Bundel Wo sind hier die Schleimhänte? Die müsste da sein Ja, da ist er Da kann man mal Schleims runter So, jetzt mal gucken Also, Polarbären nicht angreifen Ja, keine Bären angreifen Ja, nicht Overpowered Bären Mal überall hingucken Dass es endlich so glatt läuft Das ist mal ein Wunder Also, wie das aussieht Ist das keine Falle Das ist ja einfach nur so ein Ruine Ah, das war mein Bauerndorf Ähm, ich baue ein Dorf Sondern baue ein Haus Soll ich mich mal kurz hier einquartieren? Auch wenn die mir an eine Burg ist Ich habe Angst Mal kurz die Burg angucken Ja, danke Bär, dass du das Fett kaputt machst Da ist schon mal ein schönes Stein Ich weiß jetzt nicht, welches das ist Also, Redstone könnte es sein Hm, eigentlich ist das weit weg Hm Ich hoffe, wir spielen nicht auf Hardcore Warte Ich muss was machen Ja, glanzklar So einfach Ich bin ja bei den anderen Mannen schon gestorben Also, ich könnte es machen, hier zu wohnen Eigentlich ist die Burg hier ganz weit weg Ich müsste dann nur noch hier etwas verfeinern Und später gerne noch mal fräsen Das zeige ich einfach nur Mein Erste Sonst was Und Schlupf Schlupf Genau Jep 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 Genau Jetzt haben wir den Quark So viele Dungeons Es kann sein, dass viele von euch schon ja Minecraft Texte kennen Dann habe ich Angst Aber welche kennen sie auch nicht Ihr könnt euch einfach das Minecraft Euro Projekt angucken Dann wisst ihr was das ist Irgend so ein krasser Shit So Erstmal Ich bräuchte Holz Ja, jetzt ist es ein schöner Okay Lass uns mal Holz abbauen Was ist das eigentlich? Eichenholz Genau, was ich brauche Ja, ich weiß, was wisst ihr denn? Boah, endlich höre ich mal wieder die Minecraft-Sounds Hab ich schon vermisst? Das ist so glatt läuft Das ist ein Wunder Naja, mit klein Paläte Jep, jep, ja, ja, ruhig Ja Ja, verstanden Ja Ja, ich weiß Ja, ich weiß Also von diesen Hexical Essence bräuchten wir ganz viel mehr. Oh, die Star Ring ist frisch. Und was hab ich? Kann man die essen? Ja. Kann man essen. Und es leckt es. Es leckt es. Okay, kurz mal raus. Und wieder da drinnen. Ja, das ist so ein kleiner Bucky. Ich hab mal einen D. Die Türen hier abbauen. Falsch platziert. So. Wie man hier schon sieht, bräuchte ich jetzt etwas viel Cupheadstone. Und Glas. So. Mal erst mal das Haus reparieren. Fackeln bräuchten die auch. Sag ja nicht, es ist Nacht. Wird's Nacht? Die sind gleich fertig. Auch wenn ich jetzt gleich wieder Holz brauche. Ich brauch wieder Holz. Eigentlich, warum sind hier Stufen? Das war ich. Ja, hier soll das doch sein. Und das wird wirklich Nacht. Oh Gott. Oh Gott. Ich will einfach mal kurz Sonnenformen. Das ist jetzt später mit Erde. So, noch kurz den da hinten ab. Schnell. Einfach alles ab Bord. Ich werde mal versuchen, heute noch das hochzuladen. Das kann ich auch, wenn es gerade mal mittags ist. Oh, immer wenn ich mit Baum abholze. Ernsthaft. Es kann sein, dass ich gleich vom Boden abreißen muss. Also, das hier kann ich immer bekreisen. Das ist schon mal ein Glendon Slimey, der von der Insel gefallen ist. Ich müsste mal alles beleuchten. Weißt du, was ich machen könnte? Von der Burg einfach mal packen, klauen. So. So, und gleich fertig. So, okay. Hier. Falsch. Na ja, kann ich wenigstens durchgucken. Das waren auch schöne Fenster. Einfach so kleine Stäbchen drin machen. Wenigstens habe ich hier schon etwas ein kleines Feld. Na klar, jetzt kommt Musik. Hä? Das kann ich ja offen lassen. Aber ich weiß, was ich das nächste Mal nicht mitschleppe. Immer verbauen, ey. Laut. Okay. Lass ich einfach. Boah, ich drückte nur einmal. So ganz nacht. Ernsthaft? Ernsthaft? Wer soll ernst? Ernst? Wo ist der Zombie? Bitte hast du draußen? Bitte hast du draußen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da spinnend das Skeletti. Eigentlich könnte ich auch hier den kleinen Balkon machen. Boah, Musik Boah, mein Computer vibriert schon Das sind ja keine Mini-Zombies, oder? Ist hier was? Ja, halt's Maul Sag gar nicht, du bist unten Sag gar nicht, du bist unten Bist du mein Haus? Käse nicht Oder vielleicht doch? Keine Ahnung, ich bau das erst mal kurz zu Ja, seid ruhig Das ist ein Creeper Ich lebe jetzt schon in Angst Ernsthaft, das ist jetzt zu laut Das ist einfach zu laut Alles nur zu 50 Hohe Spinner Oh, schöner Ausblick auf den Turm Sieht aus wie Notre Dame Ha, 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 ha Mal gucken Wo werden wir als nächstes erkunden Da, wo lieber keine solche Burgen sind In die Burgen gehe ich erst, wenn ich OP bin Das generiert sicher Da läuft doch keiner rüber Das ist ein Dschungel-Biom Das ist jetzt nicht Gehe ich da hin Zu diesen kleinen Ballen Ich glaube, ihr könnt gerade meine Maus eh nicht sehen Mal gucken, wo ist der Mond Da ist der Mond Oh ja, es wird gleich wieder hell Bitte mal schnell Irgendwie sieht das Haus zu klein aus Ich kann es doch später mit einem kleinen Turm machen Oder ich nehme eine Burg Polarwehr Was hast du denn? Halt mal What the hell? Scheiße Shit Alter, Spinnenretter Genau Oh Nee Alter, nein Nein, ich bin auf einer Falle gespawnt Da bin ich doch wohl nicht gespawnt Ich bin da unten gespawnt Ernsthaft Auch wenn das Glas ist Äh Hau Dann muss ich durch Ernsthaft Das ist doch nicht euer Ernst Wird schon hell Wird schon hell Ja, das ist schon mal eine schöne Falle Na, hallo Leute Hat ab Ich will nichts von euch Oh Gitar Riecht mir einfach Oh, das ist so eine Nachtblume Ja Ja, wo gehe ich denn hin? Klasse Ja, genau Da Da Scheiße, ich bin an der Burg Shit da Was generiert sich das alles? Und Pinguin Ja, sei ruhig Sei ruhig Sei ruhig Pinguin Ich muss still sein Ich brauche mal Zeug Wann soll ich denn vom Berg springen? Wie das aussieht, muss ich gleich hier springen Ich bin noch nicht lebensmüller Und ihr wollt mich doch verarschen Jetzt bin ich auf dem Berg und hab nichts mit Atvent, Atvent, ein Skelett brennt Ja, klasse Ich bin ein kleiner Hipster Ich glaube, ich sollte man mal die Feine nehmen Und die Knachen Nee, das Zombie-Fleuch brauche ich nicht Aber es ist nicht schön zu sterben und so weit weg Kann ich ja gleich zum Spawn Ich glaube, ich gehe auch gleich zurück zum Spawn 30, was man das ganze Haus hat Ich müsste auch mal in ein anderes Biom Weil ich brauche Schokobos Oh Ich dachte, hier wäre ich irgendwo reingefallen Gefallen bin ich Schokobo Ein Schokobo Ein Schokobo Ein Schokobo Hier ist ein männliches und ein weibliches Ich glaube, das ist weiblich, oder? Bist du weiblich oder männlich? Nee, ist nicht ausgereicht Oh, eine Schokobo-Feder Glücklich, wo? Okay, da bleib ich doch hier Ich muss mir nur noch ein Bett machen Also, so weiß ich Hier in der Nähe der Schleiminsel Ist einfach mal so Schokobos Und da ist mein Häuschen so richtig Abgefuckt Eine Räume Also, es muss erstmal renoviert werden Ich bin da drüben gestorben Oh, Creeper So, wo bin ich gestorben? Ich weiß es nicht Ich glaube, ich bin nicht Glück Also, hier war ein Creeper Hier Wo ist meine Hexikäle Essens? Da drüben Da, 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 da Tadam Hab ich es aufgesammelt? Ja Ich hab dich wieder lieb So, was mir noch 14 Schafe Oder ich könnte mir einfach Wenn ich genug Spinnen töte Hm Ich könnte mir kurz Knochenmäher Das brauche ich mal kurz Wo ist mein kleines Bäumchen? Wo ist das kleine Bäumchen? Ich verliere einfach alles Da Geh doch mal Ich hab dich zu viel gedünkt, oder was? Ich mag mich nicht mehr Ich prüfe noch, wenn ich mich nicht mag Da hinten ist ein Baum Das muss man schon mal wieder geben hat hier gebraucht riesenbaum ja klar kommt als wenn das wenn irgendwas brennt los ich brauche das büse halt komm 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 du willst mich doch komm du willst mich komm du willst mich wenn der sonne verbrennen 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 noch zwar und noch welche und wenn das wendet ein zombie brennen erst 1 dann 2 das 3 4 und da steht irgendwas vor der tür ja erst mal schon lange folgen ja es brennt alles ich will eigentlich nur die bäume und noch ein zombie trittraut lalla na hallo tschuppies spiel nie spiel nie zu das lieb sein spiel nie bleibt lieb genau ich glaube ich muss gleich wieder diskonnect ich liebe einfach tschuppies sind so schade dass die falsche hielten bekommen ich werde eine schokobutsch zucht machen ja danke für die väter nicht brauche ich auch gott bist du jetzt mal noch sein nee es will nicht meiner sein kann ich gleich weg gelaufen ich brauche es mal den baum schläge ich lass mich in ruhe schläme kannst du sagen dann bist du ja komm her du okay ich habe gesehen ich habe nicht geschlagen der steckt und wie gut sich dank für den blauen Schleim erst auch ein Schleim das kann man damit machen der Stadt der Blauschleim das kann man mit dem machen erst auch schnell mit dem machen okay das ist nur Deko so viel kenne ich auch nicht wieder so lange Holzform ist doch langweilig ich möchte da nur ein Schokibo weiter weiter wie groß ist denn der? wie groß bist du denn noch? so jetzt hier an der Seite und mal ein großer Baum boah oh wie viel Holz ist denn hier? ich habe es gewusst ich schlafe noch alles ab hier daaah boah noch mal das ist irgendwo noch Holz oh ne komm her du kleines Ding au auch muss jetzt so ein kleines overpowered Ding sein na komm kann ich dich mal jetzt schlagen kann ich dich mal jetzt schlagen? kann ich jetzt schlagen? au es gibt mir nur Schaden muss ich mal alles aufsammeln für dann später den Rest so was war ich hier drauf nach Hause gehen bevor alles bornt zum Glück habe ich eine Hintertür äh ja so da wo ich in Sicherheit bin gehe ich jetzt hin ich glaube dass ich sicher bin so Leute das war's und das war schon Minecraft Musik ja schöne erste Folge mit Schokoboos äh Spawnfehler und noch vieles mehr ja bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal